Also ich wusste nach meinem Abitur, dass ich gerne Praxiserfahrung sammeln möchte in einem Unternehmen und daher habe ich dann die kaufmännische Ausbildung hier bei Envasis angefangen. Bei Envasis steht die Weiterentwicklung an oberster Stelle, deswegen mache ich auch direkt nach meiner Ausbildung ein duales Studium. Ich studiere Dual BWL Industrie, weil ich den Zusammenhang von Praxis und Theorie spannend finde. Und den Abschluss, den ich dann haben werde, nennt sich Bachelor of Arts Industrial Management. Hört sich das für dich gut an? Dann jetzt bewerben unter www.envasis.de www.envasis.de www.envasis.de